Der Tag ist so, er trägt, 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 er trägt. Diesen Spielfilm präsentiert ihn in Timex. Robust, verlässlich, Timex. Wir wollen Schnee. Winterjacken, je 18 Euro. C&A. Preise gut, alles gut. I wish I'd ever known you. Give me something I can feel. Feel. Yeah, 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 yeah. Super Handy, super Preis. Oh, kann ich mal ganz kurz? Ja, bitte. Oh, du wüsst es. Du sollst mich doch nicht immer am Markt anrufen. Ja, man, natürlich bin ich scharf. Du Miststück. Wer? Ja, der ist hier. Ihre Frau. Was? Sabine? Mediamarkt. Ich bin doch nicht blöd. Kein Feind hat jemals unsere Macht getrost. Macht euch bereit. Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen sie heute? Was tut man nicht alles, um länger zu leben? Aber können sie sich so ein langes Leben auch leisten? Länger Leben zahlt sich aus. Mit der Allianz Privatrente. Die Rente, die nie ausgeht. Hoffentlich Allianz. Brand heiß, brand aktuell. Die Jamba Klingelton-Charts. Hol dir die Charts auf dein Handy. Wir haben sie alle. Wähle deinen Favoriten und sende das Bestellwort Hit und die Platzierung an 5 mal die 3. Und hier eure Top 3 der Klingelton-Charts. Diese Woche neu auf der 3. Denzel mit Pump It Up. Schicke Hit 3 an 5 mal die 3. Ganz oben auf Platz 2 hält sich Opfer Fion mit Aventura. Sende Hit 2. Und seit dieser Woche auf der 1. Die Jamba-Rasse mit ihrem Smash-Hit. Hol dir den ultimativen Klingelton und schicke Hit 1 an 5 mal die 3. Und hier die Top 10 nochmal im Überblick. Schicke eine SMS mit dem Bestellwort Hit und der Platzierung an 5 mal die 3. Für Nina Sky mit Move Your Body sende Hit 10. Neu auf der 7. Used mit I like that. Hol dir diesen Chart-Breaker mit Hit 7. Und den höchsten Neueinstieg dieser Woche schafft die Jamba-Rasse mit dem Smash-Hit. Schicke Hit 1 an 5 mal die 3. Absolut top. Sanft und gründlich, wenn's drauf ankommt. Mit dem neuen Quattro Midnight. Vier Klingen, zwei Aktivstreifen und ein neuer Nachtschwarzer Rasierer mit mehr Griffigkeit für noch bessere Kontrolle. Neu Wilkinson Quadro Midnight. Get ready. Mainz. Mainz. Wuhu. Aha. Mainz. Hier, Mainz. Wuhu. Mainz. 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 Wuhu. Geschenke, die so begeistern, gibt's bei Ebay. Drei, zwei, eins. Mainz. Mainz. Weck's alkoholfrei. The Becks Experience. Hallo. Ich bin's wieder. Dein Fernseher. Du kannst wohl auch nicht schlafen. Weißt du was? Besorg uns doch digitales Kabelfernsehen. Da kriegst du 30 zusätzliche Sender. Zum Beispiel auch Playboy TV. Stell dir vor, die ganze Nacht erotig vor mit den schärfsten Playmates und Bunnies. Warte, ich gebe dir mal die Nummer von Kabel Deutschland. 080 5 43 1000. Einfach anrufen, informieren und Kabel digital bestellen. Du willst es doch auch. Und hierfür bekomme ich einen Extra-Bonus. Und über die kriege ich 25% Treue-Rabatt. Stell dir vor, durch die zahle ich gerade mal 54 Euro für eine Vollkaskoversicherung. Also denk dran, 30.11. Stichtag. Ja, kannst du auch wechseln und sparen. Was sind denn die, die gelben Engel? Die ADAC Autoversicherung. Vollkasko ab 54 Euro. Wir sind da, ADAC. Minus 20, schätze ich. Das Wasser oder die Luft, Rudi? Der Jägermeister. Kältestens empfohlen. Jägermeister. Achtung, Wild. Zu Weihnachten von E-Plus. Design-Handy von Samsung für 0 Euro plus 240 Euro Startguthaben. RTL 2 im Spiel. Den Fantasy-Tipp. Das erfolgreichste deutsche PC-Spiel des Jahres von Ascaron. Tauche ein in die magische Welt von Sacred und bekämpfe die Schergen der Unterwelt. Nur du kannst die Welt vor dem sicheren Untergang bewahren. ein Muss für jeden Fantasy-Fan. Diese Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Nordrhein-门 Untertitelung. Vielen Dank.